moin moin meine lieben handheld-freunde draußen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den steam deck news hier gibt es wieder mal alle news rund um steam deck gaming und andere enthält und wir haben diese woche mal wieder richtig spannende news also lasst uns mal gleich direkt reinhauen seit knapp einem jahr ist das asus rog ally auf dem markt und hat sich eigentlich anscheinend sehr sehr gut durchgesetzt auf dem markt und wie ist es so im technik sektor üblich ja es steht ein jährliches update an gestern am 9.5 gab es ein video vom rog global live stream wo viele sich erhofft hatten dass das gerät präsentiert wird aber pustekuchen es war letzten endes announcement announcement das gerät soll letzten endes am 2 juni offiziell präsentiert werden was wir aber jetzt bisher wissen ist oder gesichert wissen ist eigentlich der prozessor der z1 extreme wird derselbe sein ebenso das 120 hertz panel wird wohl bestehen bleiben aber der akku soll um die 40 prozent größer ausfallen so dass man mit vielleicht noch ein paar anderen effizienteren methoden innerhalb des verbaus rechnen kann sodass die akkulaufzeit angehoben wird auch von anderthalb stunden auf drei stunden und zudem wird das gerät wohl auch einen größeren arbeitsspeicher bekommen das macht besonders interessant für spiele wie zum beispiel ich denke jetzt gerade mal insbesondere dragons dogma zwei wir entsprechend viel wie man brauchen aber auch viel arbeitsspeicher der arbeitsspeicher soll irgendwo zwischen 24 und 32 gigabyte laufen das wäre natürlich also was heißt laufen verbaut sein so richtig ausgedrückt und dementsprechend wäre das wirklich sehr sehr interessantes gerät in der hinsicht für solche leistungshungrigen spiele auch sehr sehr interessant ist wiederum dass jetzt auch eine andere art von ssds verbaut sind sondern die m.2 22 80 ist dann auch eine sehr sehr angenehme sache weil die sind dann auch relativ preiskünstig zu erhalten und der innere aufbau des geräts soll verbessert werden so dass zum beispiel die analog sticks besser ausgetauscht werden können das gerät soll wohl in der zweiten jahrs hälfte erscheinen und einen höheren einstiegspreis haben als das vorgängermodell da bleibt natürlich abzuwarten wie stark dann ein preisverfall ist ich persönlich tendiere eigentlich nicht zum austauschmann des asus auge li jeden fall nicht sofort weil wer sich meine videos zum asus auge li aus der anfangszeit angeschaut hat der weiß da gibt es doch durchaus einige probleme oder gab es einige probleme ich denke ich werde ja die zweite charge wohl abwarten aber mal schauen und was auch noch nach wie vor interessant ist bei der ganzen geschichte ist halt amory crate bekommt ein riesen update das ganze wird ein bisschen aufgeräumter und auch umfangreicher amory crate 1.5 wird unter anderem neue sortierfunktionen beinhalten für eure spiele bibliothek ihr könnt eure buttons button einstellungen also eure persönlichen und wohler einstellung könnt hier ausgiebiger bearbeiten und auch teilen amory crate 1.5 soll im juli noch für das asus auge li ich nenne es mal jahrgang 23 erscheinen und für das neue gerät wessen namen ich noch gar nicht erwähnt habe ist das ganze formiert momentan den namen asus auge lix also das ist der neue name asus auge lix das soll dann auch später dieses update bekommen hierzu noch mal meine persönliche meinung ich warte erstmal auf jeden fall ab was den lenovo macht weil lenovo hat mit den legion go für mich ein sehr perfektes handheld gerät gebaut und zwar ich finde es von dem display groß ich bin von gewicht her gar nicht mal so schwer weil sich sehr gut verteilt und ich finde die arbeit verarbeitung ist über jeden zweifel erhaben und definitiv meines erachtens nach besser als beim asus auge li aber also ihr dürft mich gerne überraschen mit den lix was ihr da so aus dem hut zaubert wie zum beispiel auch das schwarze gehäuse ich tendiere da auch lieber zu schwarz also also ich bin gespannt ja und über die nintendo switch 2 haben wir auch letzte woche ausführlich in den news gesprochen und nun hat nintendo ist eigentlich auch offiziell bestätigt was schon alle lange wussten sie werden im laufe ihres geschäfts jahres das nachfolgemodell ankündigen das heißt die ankündigung sollte bis märz 2025 erfolgen das heißt aber noch nicht dass dieses gerät auch innerhalb dieses zeitraums erscheinen wird auf nachfrage wurde nämlich auch wurde zudem auch bestätigt dass das gerät in ausreichender stückzahl zum start vorliegen wird in den händler regalen denn von einer chip krise oder chip mangel ist ja derzeit nicht abzudehnen und die planen da wohl auch genug im voraus weiterhin wird die spielekonsole auch weiterhin auf module setzen nintendo geht zwar davon aus dass die digitalen verkäufe weiterhin ansteigen werden aber ich denke das machen sie auch insbesondere im zuge der abwärts kompatibilität zu nintendo switch meine persönliche einschätzung an dieser stelle also nintendo switch zwei wir bleiben weiter auf den laufenden wir schauen uns das ganze thema weiter an und es gibt auch neue detail zu einkommen den tomb raider das neueste tomb raider von crystal dynamics soll open world bieten die bisherigen titel des reboots waren ja auch sehr sehr weitläufig aber immer noch keine open world und der neueste teil soll unter anderem auch die möglichkeit bieten mit motorrädern oder autos herumzudüsen in einer open world das ganze soll wohl in indien spielen zudem wird das ganze auf der unreal engine 5 basieren und könnte wenn nichts schief geht schon innerhalb weniger als ein jahr erscheinen ich würde mich persönlich wieder bei neues tomb raider freuen weil die reboot teile fand ich doch sehr sehr gut und haben mir eine menge spaß bereitet und es ist immer wieder schön zu hören wenn spiele hersteller mal auf ihre community hören nachdem nämlich sony bekannt gegeben hatte dass helldiver 2 zwingend zukünftig eine sony account bindung also eine playstation account bindung benötigen wird zum spielen obwohl es eine steam version ist gab es doch richtiges review bombing auf steam und die community ist sturm gelaufen das war zum beispiel auch das lag zum beispiel auch unter anderem daran dass das spiel einigen ländern verfügbar ist wo es gar kein playstation account gibt diese leute hätten gar nicht mehr spielen können und sony hat jetzt zurückgerudert und helldivers 2 wird weiterhin auch ohne diesen account auskommen das freut mich sehr dass da mal ein hersteller wirklich auch mal zurück rudert und auf seine community hört übrigens für das kommende ghost of tsushima von sony wird eine account bindung nur notwendig sein für den multiplayer pack das wurde jetzt auch noch mal bekannt gegeben also nur um die gemüter da mal ein bisschen zu beruhigen ja und die konsolidierung auf den entwicklermarkt für videospiele geht weiter microsoft schließt mehrere studios darunter zum beispiel was ich sehr sehr traurig finde tango game works die unter anderem see evil will win 1 und 2 gemacht haben ghost wire tokyo und das großartige high five was was ja letztes jahr die shadow drop wurde und ein großartiges spiel war und dann wird unter anderem auch geschlossen alpha doc studios die haben hauptsächlich mobile games gemacht wie zum beispiel mighty doom ja und roundhouse games die werden zusammengelegt mit cinemax online studios und was auch ein bisschen ärgerlich ist arcane austin die an zuletzt an red folge gearbeitet haben werden innerhalb von bestest er wohl integriert das studio an sich wird geschlossen wird bekommt deswegen keine updates mehr das spiel war ja auch von start wegen schon ja gescheitert gott sei dann gibt es noch den die hauptfirma von arcane als hauptstudio und die man werden weiterhin an spielen arbeiten von denen stammt ja unter anderem die großartige des 100 reihe und hierzu muss ich noch mal sagen die entwicklung momentan auf dem spielmarkt in der richtung ist sehr sehr bedenklich oder muss man im auge behalten ich sehe nämlich derzeit das problem durch diese ganze konsolidierung oder zusammenschlüsse bestes beispiel war ja microsoft kauft die activision klar die kosten für spielentwicklung werden immer höher aber man muss auch überlegen sollte es nicht mehr sollte es den fokus vielleicht weggehen bisschen von diesem triple a gaming mehr richtung double a gaming also etwas kleinere spiele wieder zu machen ich werde glaube ich hierzu noch mal ein special video machen wo wir das ganze noch mal gemeinsam diskutieren werden also schreibt mal gerne in die kommentare wie über diese ganze entwicklung auf dem spielmarkt denkt und da ich das spiel ebenso lobend erwähnt habe hi fi wasch kommen wir eben zum humble choice des monats von humble bundle und da ist unter anderem hi fi wasch mit dabei und mit dabei ist auch unter anderem übrigens deck verifiziert jakuza like a dragon oder steel rising ist eigentlich auch ein cooles spiel ist ein action-rpg in der französischen revolution dann lottelnaut irgendwie was im weltraum mit einem süßen kleinen astronauten dann noch ein politisches party game king of the castle unten beaten up roguelite dungeon brawler bravery und greed und amanda the end venturer sagt mir so gar nichts und mediterraner inferno alle spiele sind deck verifiziert oder wenigstens deck playable und das schöne ist halt jetzt halt nur knappe zehn euro und könnte das ganze behalten immer und ewig und auch jederzeit aussteigen beim humble choice ja und jetzt kommen wir mal zum steam deck da gab es diese woche einiges an update am 7 mai gab es erstmal ein steam client update und zwar ist da eine menge menge gefixt worden wir schauen doch da mal einmal kurz zusammen rein und sehr sehr viel zum beispiel reduzierter netzwerk also netzwerk traffic also netzwerk verkehr am start-up schwirma ich da immer wieder ins denglische verfalle und was ich auch sehr sehr cool finde ist halt dass sie ein bisschen den start-up busy systems gefixt haben das habe ich nämlich auch manchmal auf meinen alten steam deck lcd und den default scale von 200 prozent auf 150 prozent auf 4k monitoren das ist insbesondere immer wenn ich am fernseher zocker finde ich das immer ein bisschen sehr unangenehm klein auf der entfernung betrachtet und bei steam input ohne ende neue maus actions unter anderem also ich glaube das muss man sich fast noch mal im detail anschauen vielleicht noch mal einen separaten video mit steam input wollte ich mich sowieso noch mal wieder beschäftigen und remote play haben sie auch noch ein bisschen was gefixt also link zu den changelog findet ihr in der video beschreibung also da ist eine menge passiert aber das größte update gab es gestern mit steam os 3.6 0 in der preview version also ihr müsst auf euren steam deck in den preview channel unter update schalten und das ist halt wie gesagt immer noch testen auf eigene gefahr ich meine kaputt machen kann man nicht viel es kann nur ein bisschen instabilitäten geben aber da ist wirklich eine menge was dabei also sie haben auf jeden fall auf eine aktuelle arglinos basis gewechselt bessere recovery speed after gpu crashes also das system schneller erholt von so ein gpu crash der linux kernel ist auf der neuesten ich weiß gar nicht ist es neueste version müsste ich jetzt lügen ich bin da nicht immer so up-to-date was die zahlen angeht aber linux kernel ist auf jeden fall geupdatet worden auf 6.5 also erkennung was verbessert und was ich ganz besonders cool finde das ist gut ich mache es beruflich mit viel mit bluetooth oder bin bluetooth spezi sie haben endlich support enabled für bluetooth adtp und bap profiles oder bay ap profiles finde ich echt gut weil das macht das ganze ein bisschen effizienter und auch vergangenlich durchaus mal ein bisschen besser konnte ich jetzt so noch nicht bestätigen ich habe jetzt aber auch nicht so dass audiophile gehör muss ich ganz ehrlich gestehen aber was ich bestätigen kann ist nachdem ich jetzt mal die preview version ausprobiert habe we connections gehen auf jeden fall wesentlich schneller mit meinem bluetooth headset oder mit dem xbox gamepad also das finde ich schon mal sehr sehr gut und da ist wie gesagt eine menge mit dabei und was ich auch noch sehr sehr interessant finde ist auf jeden fall grafik und performance hat sich verbessert also was heißt verbessert aber sie haben die grafik treiber geupdatet auf die neueste version 24.1 von mesa und die mir ein soll ein bisschen besser reagieren und ja desto mode kde plasma also die desktop umgebung wurde auch geupdatet und was auch wirklich cool ist das habe ich jetzt auch schon ausprobieren können ist der support für hdmi cec also das heißt wenn ihr steam deck einschaltet wenn ihr das über hdmi cec fähigen port eures fernsehers verbunden habt und ihr schaltet das steam deck zum beispiel ein dann könnt ihr kann der fernseher mit aufgewacht werden und wir können wir die fernbedienung das steam deck steuern ich finde das schon sehr sehr cool da muss müsstet ihr aber auf jeden fall war jedenfalls so mein eindruck wenn die firmware updaten von euren doc und das bringt dann auch noch mal ein fix mit für vrr displays und bei aus aus bringt jetzt die overclocking controls auch für das steam deck lcd also overclocken am steam deck lcd legt los auf eigene gefahr natürlich liebe freunde und ja die power led wurde noch mal leicht angepasst also es ist wieder jede menge mit dabei einen bekannten fehler gibt es noch und zwar kann es durchaus passieren dass der soundtriber mal crash dann braucht man ein neustart von systemen also wenn der sound probleme mal habt sound ist weg oder krakelt knarzt knarrt klopft pokt mein gott was gibt es doch für ausdrücke dann auf jeden fall dann das system einmal neu starten hatte ich jetzt aber mein test laufen bisher noch nicht ja liebe freunde das waren wir mal wieder die steam deck news diese woche wenn ich was vergessen haben sollte ich kann es nicht anders sagen dann schreibt auf jeden fall die kommentare ich würde mich freuen über jegliches feedback und jetzt noch mal was eine persönliche sache nächste woche zwei jahre steam deck checker habt ihr fragen an mich haut sie in die kommentare schreibt mir eine e mail dazu ich will so ein bisschen ffq machen bisher sind leider noch keine großartigen fragen reingekommen wird und wird das ein sehr einsamer eventueller live stream weiß nicht ob es ein live stream wird ob ich das halt nicht einrichten kann ansonsten wird es halt ein video wo ich ein bisschen was erzähle weil ich habe ja auch noch eine große überraschung versprochen es gibt nämlich eine sache da wurde ich ab und zu mal angefragt warum ich das nicht mal mache und jetzt habe ich es gemacht und das ganze steht jetzt in den startlöchern und das werden dann wir dann auch wirklich zum zweijährigen starten das werde ich dann auch in den video nächste woche zum live stream zum zweijährigen erklären oder euch zeigen seid gespannt ich weiß noch nicht wann das video kommt der kanal ist offiziell gestartet am 13 5 ob ich das auch an den tag schaffe weiß ich nicht ansonsten verzögert sich das um ein zwei tage es ist ja kein staatsakt also da kann es auf den einen oder anderen tag durchaus mal nicht ankommen so komisches deutsch klingt komisch ist aber so also liebe freunde ich bedanke mich mal wieder ganz fett fürs einschalten ja und mir bleibt nichts anderes zu sagen ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende hoffentlich bleibt sonnig ansonsten wenn es dunkel und regnerisch wird ja dann aufs sofa mit dem team deck mit euch zusammen natürlich also ihr und das team deck und los wir verstehen uns also freunde ich wünsche euch ein schönes wochenende und niemals vergessen once you get a deck you never go back ich melde mich ab unter deck und melde mich ab unter deck habe ich schon gesagt doppelt besser